Ich gehe mal hier das Vergraben Zombie-Fleisch Meins, meins Ne, was für ein Bug Hallo Hallo Wir sagen mal, das ist jetzt vergraben Ach guck mal, ey, ich hole noch Alter Also Na super, hier komme ich einfach nicht weiter Ja Ja, du hast es schon nicht gleich gemacht Ich dachte, ich komme da vielleicht hoch, ey Abenteuer in der Höhle Ah, meine Güte Es ist so einstrengend Jetzt bin ich in der Schlucht Wow So, Pop, bin wieder runtergefallen So, schnell kann es gehen Ich glaube, ich baue mich mal auf Genau, das ist die richtige Entscheidung Denkst du? Ja Ach, zum Beispiel noch 10 Minuten Zack, 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 zack Zack, zack, zack Ja, das ist leider ein bisschen dunkel, aber Ist ja nur das Hochbau, ne? Ja, das ist nicht so spannend eigentlich Trotzdem gehen wir nicht hin Zack Zack, 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 zack Ich lege mich trotzdem noch mit Toll Das bringt dir ja mega viel Ganz viele Endermans auf der Minimap Oh, jetzt sind wir noch keine Kekse weg Das ist ja das perfekte Zeitpunkt, eh hochzugehen Ach, Wunder Ich grabe mich ja schon hoch Oh, witzig Oh, super Aber irgendwie komisch Jede Nacht Es sind mindestens Drei Zombies Vor unser Team Na, super Also Also echt was Ähm Ich hab ein riesengroßes Problem Was? Ich ertrinke hier ein Wasser Ich hab da einen Block über dir Ja, super Idee Alter Vater, was ist das, ey Ich grabe mich jetzt hier erstmal lang Oh mein Gott Crazy shit, ey Super Das wird ja immer besser, ey Ah, okay Es dauert nicht mehr lange Oh, mein Schwitzack ist fast kaputt Aber ich Ich brühe schon hin Passt Waschung, waschung Zack Ja, ich seh schon, Landstein Zum Glück kommt jetzt hier Sand Also das hätt ich nochmal perfekt geteilt, ne Und das ist einfach nur so viel Zombies von der Tür Oh, Mini-Zombie Oh, Mini-Zombie Ii Komm Zack Zack Oh Äh, schon wieder drei Zombies Immer schnell bei dir, ne Zombie mit Lederrüstung Oh mein Gott, vier Zombies Ich will jetzt Zombies, fünf Zombies Ähm, soll ich vielleicht mal ein Zuckerrohr abfarmen? Das Zuckerrohr ist schon ein bisschen gewachsen Fünf Zombies vor unserer Tür Ah, ja Geh erstmal zur Tür Okay Ja, aber dann sterb ich Ach ja, hast du Zuckerrohr schon angepflanzt, oder? Ja Alter Vater Sogar einer mit Lederrüstung Alter, was geht? Zombie-Armee, echt Ich hab ne Kartoffel aufgesagt Ja, komm rein, komm rein Na, gebe ich dir eben Lohnsam Was ist, Monster? Ich leg jetzt einfach mal alles in die Tür Ja, wir müssen aber erstmal schlafen Okay, schlafen wir Ach, Schlafen wir Ach, Monster an der Ball Mach doch nicht die Tür kaputt So, jetzt, äh, nicht mehr nach Ach da, wieso hab ich Redstone? Da hat er in der Truhe Hast du dich nicht gesehen? Also, jetzt haben wir ganz viel Crab Die Mülle uns auch bitte, die Es ist gesehen Das ist die bis andere Truhe Ist doch mir egal Ich muss noch ein ganzes Zeug abliefern Ich kann eine neue Kiste machen Ja, genau Dann haben wir ja das Holz Halleluja Was soll ich jetzt rausnehmen? Erde Das ist das Besondere Kistenschwerter Hm, ja Ist doch so Erz, äh Ist das nicht so? So Und Satt Und soll mal eine neue Schütze zacken Ähm Eisen hab ich hier unten gesehen Ja, wir haben noch genug Eisen Also Wo ist das Eisen? Wo ist das Eisen? Also, wo ist das Eisen? Also, wo ist das Eisen? Also, wo ist das Eisen? Das ist hier drin Okay So, also, was wollte ich machen? Neue Spitzack Neue Spitzack Alter Alter Das ist auch egal Bumm So Ähm So Ey, wir haben Leben Also Ziegel Ach ne Haben wir auch irgendwas zu essen? Äh, nein Neue 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 Ah, guck ich mal, was unsere Farm macht Wir hatten schon vorher Druckplatten hier Ja, aber da vorne Toll Und das will ich noch verbessern Was mit der Druckplatte? Nein Dass wir so diese zwei Häuser verbinden, dass die Zombies uns nicht mehr stören vor unserem Ziel Was sollen wir hier drin machen? Keine Ahnung Da war ne Hühnchenfarm Ach, Halleluja Ich hab das Hühnchen... Okay Gekeilt Okay Gekeilt hab ich das Hühnchen Ja Gehe mal den Karotten hier raus Ja 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 Und sogar Brot So, angepflanzt, ja Perfekt So, und ich wollte mich nochmal für 22 Aponenten bedanken, also... Level du hast Was? Das war's? Das war's, genau, also hier diese magische Zahl Und die schickt kurz vor 23, also... Bitte, also, äh... Abonniert uns, wenn ihr uns guckt Wenn ihr... Wenn's euch gefällt Gibt auch ein Like Und... Ja Gib den ganzen Videos ein Like, ne? Und dann guck mal mal und dann hoffentlich stehen wir auch dann mal bald 23 Abonnante, das wär natürlich ganz toll und so... Warum spreche ich überhaupt sonst jetzt mal? Ja, ähm... Ja, dann, äh... Geh da rein, bis zum nächsten Mal Och, ich... Drei Minuten haben wir noch Ich geh mal... Hier das vergraben Zum... Zombie-Fleisch Ja Meins? Meins? Ne Ne Was ist das für ein Bug? Hallo? Also Wir sagen mal, das ist jetzt vergraben Ach, guck mal, ich... Ey, ich hol noch... Halleluja Ich hol hier noch, äh... Wie heißt es da? Kakaobon Kakaobon Ja Die brauchst du nicht wieder einzuklafen Nö, ich hab nur geguckt So... 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 Zack So Dann haben wir da auch schon wieder bisschen, äh... Hier 21 Kakaobonen Ja, das reicht Das steckt schon mal in die Kiesstörrei Wir können ja auch das Haus mit dem anderen Haus verbinden können, sonst die Zorn nicht stürmen Also ich find's gut Ach, guck mal, dann kann ich auch mal das Walzen noch abfarmen Die Karotten Ach, guck mal, hier haben die Karotten Und... Bevor hier... Ach, nix So... So... Und was für die Karotten können wir auch noch kurz Und nicht alles für den Saum Ups Jetzt muss die als Verleufer Karotten anpflanzen Tschüss, die als Verleufer Karotten anpflanzen Die Saum sind genau so wichtig Die haben wir doch, und drin haben wir auch noch So... Und dann würde ich sagen, wir sind so jetzt bei 23 Minuten, äh... würde ich sagen, wir verabschieden uns mal, ne? Genau, also... Ich lege eins hier rein und... Bis zum nächsten Video Und vergesst nicht zu abonnieren Genau, abonnieren, damit die auch die 23 mal stehen kann Und... Ja, dann lass ich mal diese Musik ausklingen, ne? Sonst... Ne, das kann ich ja später machen Und dann sagen wir... Ne, jetzt mach ich jetzt... Tschüss, Musik So... Und wir sehen uns dann, äh... Dann das nächste Video Und bitte abonnieren und liken, wenn es dir gefällt Und... Ja... Mehr kommt nicht zu sagen Tschüss! Tschüss! Tschüss!